Briefe versenden und Exposés erstellen ist seit der Etablierung von PCs und Windows Office in unserem Arbeitsalltag kein Hexenwerk mehr. Über OnOffice Enterprise können mit einem Mausklick oder sogar ganz automatisch Briefe und Exposés erstellt werden, die dann per E-Mail an die Interessenten oder auch an die Kunden versendet werden können. Aber trotzdem kommt man schnell an die Grenzen der Praxis, vor allem was die rechtliche Grundlage und insgesamt die Nutzung von Word-Dokumenten angeht, die den elementaren Nachteil haben, dass sie veränderbar sind und außerdem nicht systemkompatibel sind. Was bei Ihnen am PC super aussieht, sieht vielleicht beim Kunden ganz anders aus. Das muss nicht sein. Deswegen haben wir in den OnOffice Enterprise Versionen einen kostenlosen PDF-Designer integriert, der plattformunabhängige und vor allem nicht veränderbare Dokumente erstellt und die Daten absolut aktuell aus der CRM übernimmt, versendet und entsprechend protokolliert. Die daraus erstellten Briefe und Exposés können dann problemlos vom Kunden oder dem Interessenten ausgedruckt werden. Wo Sie vorher Briefe über Word lokal gespeichert haben und mit Problemen je nach Word-Version oder Betriebssystem zu kämpfen hatten, gibt es jetzt PDF-Briefe im Corporate Design Ihres Unternehmens, das per Mausklick generiert und von jedem Endgerät erstellt werden kann. Wie eben alles bei OnOffice, jederzeit und überall. Also ein wesentlicher Vorteil liegt nämlich in der mobilen Nutzung. Denn über das Arbeiten mit Tablets oder auch der App können Sie noch schneller auf Kundenwünsche reagieren und sofort nach oder sogar während zum Beispiel einer Objektbesichtigung reagieren und Briefe oder Dokumente ohne großen Aufwand und zeitoptimiert versenden. Mit der Nutzung des PDF-Designers professionalisieren Sie Ihre Arbeit, finden in den Arbeitsläufen mehr Zeit und nutzen so OnOffice effizienter. In Ihrer OnOffice Enterprise Version ist der PDF-Designer bereits kostenfrei integriert und mit Vorlagen befüllt. Übrigens, unsere Vorlagen richten sich auch nach der DIN-Norm für Briefvorlagen. Die Norm DIN 5008 beinhaltet die Schreib- und Gestaltungsregeln für die Text- und Informationsverarbeitung und gehört zu den grundlegenden Normen für Arbeiten im Büro und im Verwaltungsbereich. Selbstverständlich können alle Arten von Vorlagen erstellt werden, die Sie nach Ihrem individuellen Geschmack und natürlich Ihrem Corporate Design richten. Der PDF-Designer stellt Briefvorlagen zur Verfügung, die bereits mit festen Templates ausgestattet sind und können, wenn gewünscht, die DIN-Norm erfüllen. Das Corporate Design Ihres Immobilienunternehmens kann dann über Grundeinstellungen des Brief-Templates eingestellt werden und wird so für alle Vorlagen übernommen. Die Bedienung des PDF-Designers ist intuitiv und stellt dem Anwender viele Möglichkeiten zur Verfügung. Der komplette Funktionsumfang würde allerdings den Rahmen dieses Videos sprengen, deshalb verweisen wir an dieser Stelle auf die Online-Hilfe, unsere Webinare und die Schulungsvideos bei YouTube. Die Vorlagen sind sozusagen das Firmenpapier und können so übernommen werden. Da Ihre On-Office-Enterprise-Version bei sachgerechter Anwendung die Anforderungen der DIN EN 15733 erfüllt, stehen Ihnen optional die Briefe der DIN 5800 zur Verfügung. Diese Arbeitsweise mit den DIN-Normen und den Dokumenten wurde bereits 2016 durch die DiaZert für Ihre Version der On-Office-Enterprise zertifiziert. Die aktiven Briefvorlagen stehen Ihnen im Bedarfsfall sofort zur Verfügung und können individuell mit dem gewünschten Text versehen werden. Je nach Art Ihrer Aktivität können Sie die entsprechende Vorlage auswählen und in der Folge absenden. Ganz einfach und unkompliziert per Mausklick und ohne Zeitverzögerung. Auch mobil, zum Beispiel direkt in der Immobilie bei einer Objektbesichtigung, wenn der Interessent danach fragt oder weitere Infos benötigt, die Sie ad hoc zur Verfügung stellen können. Die Besonderheit am PDF-Designer ist nicht nur der Aufbau und das Baukastensystem mit Makros und Platzhaltern, die im Dokument hinterlegt werden können, um Datenbankfelder in das Dokument zu übertragen, wie zum Beispiel die Adressdaten oder aber auch Angaben zur gesuchten Immobilie. Das Besondere ist die Aktualität der Dokumente. Das bedeutet, der PDF-Designer zieht die Datenbankfelder in Echtzeit und speichert diese auch als Aktivität und auch als Eintrag im Maklerbuch ab. In der Folge können dann noch Aufgaben zur weiteren Bearbeitung erstellt werden oder die Vergabe eines anderen Ansprechpartners im Unternehmen. Dieses System gilt auch für die PDF-Exposés und das ist besonders praktisch, weil es hier keine Empfehlung einer DIN-Norm gibt. Gerade in der Gestaltung der Exposés hat man mit dem PDF-Designer großen Spielraum. Damit kann man sich tatsächlich den Gang zu den Agenturen sparen, hat beliebig viele Vorlagen und Designs und Änderungen an Exposés sind alles andere als kompliziert. Selbst wenn mal Objektinformationen fehlen, die aber in der Vorlage vorgesehen sind, werden diese Felder nicht gefüllt und auch erst gar nicht im fertigen Exposé angezeigt. Der PDF-Designer greift in Echtzeit auf die Daten zu. Das bedeutet, Sie können auch ein sehr individuelles Exposé versenden, das zum Beispiel zusätzliche Informationen oder veränderte Textpassagen enthält, entsprechend dem Wunsch Ihrer Interessenten oder der Zielgruppe. Passen Sie beispielsweise den Preis im Exposé an, dann wirkt sich das auf die zukünftig erstellten Exposés dieser Immobilie aus. Es muss also keine Änderung händisch im Exposé erfolgen und Fehler werden dadurch minimiert. Selbstverständlich wird diese individuelle Änderung beim Versenden als Aktivität und auch als Maklerbucheintrag gespeichert. Durch die Individualität des PDF-Designers sind Ihnen kaum Grenzen gesetzt, so gibt es keine Begrenzung von Vorlagen und es können beliebig viele Exposé-Vorlagen erstellt werden. Egal für welche Immobilienart oder auch Kategorie. Die Bandbreite der möglichen Exposés reicht von relativ einfacher Zusammenstellung bis hin zu sehr komplexen Exposés mit hohem grafischen Anteil. Bei der Erstellung können Sie jederzeit das Layout prüfen oder Sie lassen sich durch unsere Referenzen inspirieren. Wozu ein Exposé von der Stange, wenn es auch ein maßgeschneidertes Exposé sein kann? Der Weg zu unseren Beispiel-Exposés führt über die Homepage, Produkte, Versionen und Preise und dann bei den Paketen auf PDF-Designer. Viele On-Office-Kunden sind begeistert von den Möglichkeiten und stellen ihre Exposés als Referenz zur Verfügung. Vielen Dank an dieser Stelle an unsere engagierten Kunden und die Möglichkeit, die sehr verschiedenen Ansätze unterschiedlicher Exposé-Gestaltung zeigen zu dürfen. Sie sehen, Briefe und Exposés zu versenden war noch nie einfacher und sicherer. Durch die effiziente Nutzung von On-Office und dem PDF-Designer sind Sie unabhängig, denn Sie benötigen keine weiteren Software-Tools von anderen Anbietern, zum Beispiel eben Word. Sie haben alles aus einer Hand. Der Wechsel von Word zu PDF lohnt sich definitiv und Ihre Kunden freuen sich über die Briefe in einheitlichem Format und können diese im Bedarfsfall direkt ausdrucken, egal ob Sie Briefe versenden oder Exposés ganz unterschiedlicher Immobilien. Alle Vorlagen können dupliziert werden und auf die verschiedenen Immobilienarten und Kategorien individuell angepasst werden. Selbstverständlich können Sie mit dem gleichen Automatismus auch vorgefertigte Exposés, zum Beispiel von Bauträgern oder Agenturen, versenden, die nicht automatisch in On-Office Enterprise erzeugt wurden. Falls Sie weitere Informationen rund um den PDF-Designer benötigen, klicken Sie in Ihrer On-Office Enterprise-Version im Menü auf das Fragezeichen, hier die Online-Hilfe auswählen und im sich neu öffnenden Fenster klappen Sie bitte, hier finden Sie weitere Themen herunter, scrollen etwas nach unten, hier finden Sie den Bereich Vorlagen, hier wird das nochmal erklärt. Ansonsten empfehlen wir Ihnen den Blick in unsere Webinarveranstaltungen und natürlich die Webinar- und Schulungsliste bei YouTube. Und jetzt wünschen wir Ihnen viel Spaß und viel Erfolg bei On-Office effizient nutzen.